Von allen heimischen Pflanzenarten, die in Deutschland zu finden sind, sind ein Drittel vom Aussterben bedroht. Ein Grund ist die schrumpfende Fläche für Pflanzen. In besiedelten Gebieten wird durch die stetige Versiegelung von Flächen Lebensraum zerstört. Erschwert wird der Erhalt von heimischen Pflanzen zudem durch eine intensive Landwirtschaft. Durch die Vergrößerung von Feldern, einen erhöhten Nährstoffeintrag und Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sowie eine öftere Mart von Grünland wird nur noch einer kleinen Auswahl an heimischen Pflanzen Lebensraum geboten. Wenn Pflanzen besser auf die neuen Standortbedingungen angepasst sind, entsteht eine neue Artenzusammensetzung. Kritisch ist dabei, wenn einwandernde Arten sich plötzlich massenhaft vermehren und dadurch andere Arten verdrängen. Dann spricht man von invasiven Arten. Zusätzlich verändert der Klimawandel die Lebensbedingungen. Durch vermehrte Trockenheit siedeln sich beispielsweise Pflanzenarten aus wärmeren Gebieten nun auch in Deutschland an. Nur durch einen hohen Pflegeaufwand ist dann möglich, die ursprünglichen Standortbedingungen zu gewährleisten. Doch welche Möglichkeiten gibt es, mit den Herausforderungen umzugehen? Eine Strategie, um diesen Herausforderungen entgegenzuwirken, ist es, seltene Lebensräume aktiv wiederherzustellen, zu pflegen und zu schützen. So ist auch der Ansatz in dem Naturschutz-Großprojekt natürlich Hamburg. Meistens wird Natur geschützt, indem man Schutzgebiete anlegt, in denen Pflanzen und Tiere sich frei entwickeln können. Dadurch werden die Menschen von der Natur getrennt und durch die sich ändernden Umweltbedingungen und mangelnde Pflege verschwinden auch in Schutzgebieten immer mehr Arten. Mensch und Natur müssen einander wieder näher kommen. Wir können in unserem Umfeld, in Gärten, Parks oder entlang von Straßen bewusst seltene und heimische Arten anpflanzen. Genau wie bei anderen Beeten auch, müssen diese Anlagen natürlich gepflegt werden. In manchen Bereichen macht es Sinn, fremde, invasive Arten zu entfernen, um die Einheimischen zu erhalten. So können wir trotz der sich wandelnden Umwelteinflüsse einige heimische Arten bewahren und außerdem den Kontakt zur Natur wiederherstellen. Eine weitere Strategie zum Umgang mit Transformationsherausforderungen ist, Natur in die Stadt zu integrieren. Stadtlandschaften oder vor allem Großstädte erwecken häufig Assoziationen mit hohen Gebäuden, Autos, Lärm und Schmutz. Dabei ist es gar nicht so schwer, auch in Städtenraum für etwas Natur zu schaffen. Projekte wie Städte wagen Wildnis versuchen, konkrete Maßnahmen zu ergreifen und Menschen dafür zu begeistern, denn Natur in der Stadt bringt viele Vorteile mit sich. Zum Beispiel dienen Bäume als Luftfilter, aber auch Dach- und Fassadengrün tragen zu einer größeren Artenvielfalt bei und verringern Überhitzung. Nachhaltige Mobilität verhindert, dass überhaupt so viel Luftverschmutzung entsteht. Außerdem haben Grünräume in Städten eine wichtige Wasserspeicherfunktion durch die Bodenentsiegelung. Durch Renaturierung von Gewässern entstehen zusätzlich vielfältige Ökosysteme. Auch Kleingärten können in wilde Orte verwandelt werden. Eine ökologische Bewirtschaftung trägt zur Nachhaltigkeit bei. Die Artenvielfalt kann zum Beispiel durch Insektenwiesen und Bienenstöcke gefördert werden. Genauso auch durch Erdhaufen, Steinhaufen oder Totholz, die als Lebensräume für Insekten und Amphibien dienen. Nun zur Frage, wie mit der Einwanderung neue Arten umgegangen werden sollte. Wenn wir entlang von Grünflächen gehen, werden sich die Artenzusammensetzungen im Wandel der Zeit aufgrund von Klimaänderungen verändern. Neue Arten nehmen Standorte von heimischen Pflanzen ein, die verdrängt werden. Dadurch entsteht spontane Vegetation innerhalb neuartiger Ökosysteme, die anders aussehen kann als das gewohnte Bild. Dies gilt es zu akzeptieren. Der Landschaftspark Duisburg Nord ist ein Aushängebeispiel für den Umgang mit spontaner Vegetation. Hier soll sich die Natur seit Mitte der 90er Jahre das Gelände auf definierten Flächen zurückerobern. Andere Flächen sind explizit als gestaltete Bereiche vorgesehen. Die vierte Strategie befasst sich mit dem steigenden Pflegeaufwand. Crawford Stanley Holling führte den Begriff Resilienz bereits 1970 ein. Die Beständigkeit einer Pflanzengesellschaft sei demnach durch deren Reaktionsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit gesichert. So sind auch die Folgegenerationen an neue Bedingungen angepasster und der Bestand gesichert. Resilienz basiert auf der Theorie von sich selbst entwickelten Artengesellschaften. Ohne Pflegeeinwirkung sterben weniger angepasste Arten ab und neue siedeln sich an. Planer können sich an der natürlichen Entwicklung orientieren und diese neuen Arten verwenden. Moderne Versuche, den Pflegeaufwand zu reduzieren, orientieren sich an verschiedenen Vorbildern. Der Begriff Wildscaping wird in diesem Zusammenhang oft verwendet und steht für selbstentwickelte Pflanzengesellschaften. Tony Spencer gilt als Protagonist für naturhafte Pflanzungen und entwickelt naturrealistische Subzessionsmatrizen. Außerdem orientieren sich Pflanzplaner an natürlichen Pflanzbildern in der Prärie. Ähnlich werden mediterrane Pflanzengesellschaften als Vorbild für selbstentwickelte Pflanzungen im nordeuropäischen Klima verwendet. Auch die panonische Florenprovinz in Mitteleuropa ist an das Klima angepasst, das wir in den kommenden Jahren erwarten dürfen. Die drei R's sind eine Hilfe, wenn es darum geht, die allgemeinen Prinzipien zur Verbesserung der Nachhaltigkeit geplante Pflanzungen zu verstehen. Dazu gehören Right Preserve, Right Plants und Right Plants. Right Preserve meint, man sollte sich über die Fläche informieren, um örtliche Naturschätze kennenzulernen und sie zu erhalten. Right Plants meint, man sollte die in der Natur vorhandene Landschaft nachahmen und dabei zum Beispiel auf die Kriterien Topografie, Landform oder Hydrologie achten. Und Right Plants meint, dass Standortangepasste statt Standortfremde Pflanzen ausgewählt und verwendet werden sollen, um Nachhaltigkeit zu gewährleisten.